Ja, da ist er bereit. Das ist auch schon auf der Aufnahme drauf. Herzlich willkommen bei einem neuen Part von Curlfever. Herzlich willkommen bei einem Part von Curlfever, wo der Bigfootzmeer-Ranking-Punkt hat, als der Lump. Ruhig aus, nenn er dich. Die wollen zu mir, die wollen richtig zu mir. Ja, he's going to lump me out. Oh, da ist ein Ruh-Bär. Ruh-Bär. Ruh-Bär, jawoll. Klatsch. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Heulst du? Ja. Tschüss. Jawoll, jetzt. Nein. Ja. Ich weiß nicht, dass ich den Platz, den er braucht. Ich will mich ausdrücken. Nein, oder nicht. I'm going for the matter. Nein. Jetzt. Tunnel, tunnel, tunnel. Nein. Oh, nice one. Mike Tite Garage. Mike Tyson's Garage. Mike Tyson's Garage. Mike Tyson Garage. Mike Titan's Sponge Owl. Unbelievable move out Das ist jetzt meine Beste Nein Nein Ich will mich ausdrücken Der auch Tschüss Werden nehmen Sie sich der Christen? Oh nee 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1